Hallo, wo haben Sie denn den Simpsons-Film? Der letzte weg. Ah, und der neue Stipp langsam? Hoch weg. Ocean's Eleven? Ist raus. Zeitplanet Omega? Weg. Party Fieber, die affengeile Tochter meines Chefs. Ist raus. Space Legend gegen Atoll 3? Nee. Söhne der Mutanten 3? Nein. Katanga, die letzte Festung? Nein. Hase Wayne auf Schatzsuche? Nein. Wir haben ja noch der Wichser mit diesem Paar Velka. Wir haben ja noch der Wichser mit diesem Paar Velka.